Die kann ich gar nicht leiden. Die kann ich gar nicht leiden. Wow, da wäre ich schon fast wieder mal runtergefallen. Huch! Meine Güte, da bin ich ganz schön vom... What? Einschlag und Down. Ja, hier bin ich ganz schön vom Weg abgekommen, was? Zeit wieder, den richtigen Weg aufzusuchen. Hm. Ach Gott, gib doch Ruhe. Bitte! Wollen Sie mich mal in Ruhe lassen? Hier! Oh oh! Na, den Schwamm, den lassen wir mal besser in Ruhe. Okay. Ja! 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 Wow! Hier können wir mal schön was braten. Auch mal ein Gesicht betrachten, wie das nun hier... ...mit dem Helm aussieht. Es waren noch drei Gnome. Naja. Aber keine Werkzeugbeutel. So. Hier müssen wir rum. Okay, nun die Wahl. Lieber die Krallen-Dinger oder die Wölfe. Woh! birch! Puh! Ş- so couch! Oh! Puh! Puh! What? Ja! 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 Puh! Ha! Ha! Gwist! Ha! 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 und war hier nicht noch ein Pilzchen ach bis mit den hätte ich mich gar nicht anlegen müssen Huch mal von vorn jawohl was ist denn hier passiert ein Blutbad schöne Scheiße ja so können ja 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 Das war's für heute. Gebt mir euren Werkzeugbeitel. Hier noch das Träuchen. Oh, Mist. Eine Perle. Wow. Wow. Ich scheine hier auf dem richtigen Weg zu sein. Durch eine Gnomenhöhle. Ja, da würde es mich nicht wohnen. Oh, was? Ja. 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 Was? Ja genau. Ich wollte mich eigentlich verarschen. Gleich drei auf einmal. Ja. Ja. So. Ja. 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 So. Dann können wir hier unten noch das Gold erbärmte gehen. So. Perfekt. Das hat sich gelohnt. Ja. Sicher hat sich das gelohnt. Was glaubst du denn? Ja. 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 Alter. Ja. 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 Boah, das kann doch nicht euer Ernst sein. Meine Güte, was haben denn die Entwickler geraucht? Sind die bescheuert? Das schafft doch kein Mensch! Wie soll man denn bitte das schaffen da? Ach, meine Güte, meine Güte! Es ist ja beinahe unmöglich! Drei von denen auf ein... Ja! Die Entwickler, die waren doch auf Drogen! Was haben die bitte schön geraucht? Kann mir das einer kurz erklären? Oh, mein Gott! Ähm... Wieso, sie rennen da jetzt einfach durch? Bei denen kann man ja nicht mal blocken! Deine Mutter! Ah! Ja! Ja, sind die schnell! Hallo? Kannst du mir ja mal helfen? Was? Hat der Spass schon ohne mich angefangen? Ja, leider! Ja! 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 Wenn ich jetzt rein ! Schatten wir einen kleinen Testversuch, dann kann ich mich gar an denen vorbeischleichen. Ja, das würde gehen, ich könnte auch mit einem Zweihänder blocken. Da würde ich nämlich mit euch mehr Schaden mitmachen. Das heißt, Zweihänder auf den Rücken und ihr durch.